Solche Bilder will man ein Leben lang nicht sehen, wie es heute auf dem Sportplatz beim TSV Altstadt hier gerade passieren wird. Hallo zusammen, mein Name ist Rost Stefan, ich bin der Jugendleiter der Führer Altersstadt. Servus, ich bin der Steiner Philipp und ich bin der Jugendleiter-Stellvertreter der Führer Altersstadt. Wir haben uns entschlossen, wir machen einen Actionleiter, einmal alle zwei Jahre. Letztes Jahr leider verschieben müssen wegen Corona. Wir haben auch der zweite Anlauf und haben das natürlich groß aufgezogen, dass wir da mit anderen Jugendfeuerwehren, wie Rangweil und Giesingen, im Feld der Stadt Übungen machen. Jetzt die Abschlussübung war ein schwerer Verkehrsunfall, im Hintergrund sieht man es, mit mehreren verletzten Personen eingeklemmt. Dazu hat es noch unterstützt das Jugendrohrkreuz Rangweil, das Arbeiter-Samariter-Bund-Jugend, die Feuerwehr Giesingen und die Feuerwehr Rangweil. Und als Highlight haben wir noch die Schenkehörer dazu gekriegt. Warum wir genau so eine Wochenende machen mit einer Jugendfeuerwehr, ist einfach deshalb, um sich darauf auszubilden, was sich im späteren Aktivwesen einmal erwartet und dass sie auch einfach sehen können, was gibt es für Organisationen, mit welchen Organisationen kann man zusammenarbeiten, wie sind die Leute und die Oer-Jugend und so. Und das haben wir jetzt das Wochenende auf die Füße gestellt. Und ich glaube, das Endergebnis, was wir das Wochenende gemacht haben, das kann sich einfach sehr erlauben. Wir sind mega glücklich hier unter Stefan, dass das so gut und unfällfrei über die Bühne gegangen ist und hoffen, dass wir das jetzt irgendwann noch größer und noch stärker machen können.